Hallo und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Montag. Ja, das lange Wochenende von Christi. Himmelfahrt ist vorbei. Vatertag, Muttertag haben wir alles überstanden. Wie es ist bei euch gewesen, verbreitet war es ja ein richtiges Frühsommerwetter mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad. Regional sogar noch ein bisschen mehr. Aber die nächsten Tage, die werden dann spannend. Wir haben es schon erzählt in diesen Wettervideos der vergangenen Stunden und Tage. Es gibt eine markante Wettergrenze, einmal genau über Deutschland. Und die kann man sehr schön erkennen an den Niederschlagsummen. Das hier ist die frische Prognose vom Frühlauf des GFS-Modells, der NOA, der Nullurlauf. Und das sind die Regensummen bis zum Pfingstmontag. Und wir sehen hier besonders im Südwesten zum Teil sehr starke Niederschläge bis zu 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Weiter nach Nordosten dagegen gerade mal 2, 3, 4 Liter Regen pro Quadratmeter. Stellenweise sogar nix. Und das nix kommt genau da nicht runter, wo es schon wieder eine größere Trockenheit gibt. All das schauen wir uns jetzt hier gleich in diesem Wettervideo an. Ein heftiger Wetterkontrast also. Und wie das genau ablaufen wird, das ist immer noch so ein bisschen unsicher. Wir schauen uns gleich mal verschiedene Modellprognosen an. Zunächst nochmal der Blick auf die Höchsttemperaturen von gestern Sonntag. Das hätte auch ein Junitag sein können. Grillwetter in Duisburg 28,4 Grad. Obwohl grillen kann man immer. Das geht aber bei 10 Grad. Gut, war ein schlechtes Beispiel. Rheinau 28,1 Grad. Waaghäusl 28,0 Grad. Drier 27,3 Grad. Und das Saarlandperl 26,8 Grad. Wir stellen aber auch fest, die höchsten Werte wurden allesamt im Südwesten erreicht. Wir dürfen also nicht unterschlagen. Ein bisschen weiter Nordosten und Norden, da war es eben dann doch schon deutlich kühler gewesen. Da war es eben nix mit 28 Grad. Die Frühwerte heute Morgen, auch hier meist im Südwesten, relativ hoch. 16,7 Grad in Baden-Württemberg, in Laar. Das ist ein sehr angenehmer, molliger Montagmorgen gewesen. Ansonsten hier Köln 15,4 Grad, Duisburg 15,1 Grad. Also frieren musste man zumindest im Westen und Südwesten heute Morgen nicht. Im Osten und Norden war es deutlich kühler. Zum Teil sogar in Richtung Bodenfrost ist es im Nordosten stellenweise gegangen. Wo steckt der Mai? Hier sind mal alle mittleren Mai-Temperaturen dargestellt. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Da hatten wir sogar schon einen Spitzenmai gehabt vor 1900. Also auch da gab es schon mal einen richtig warmen Ausreißer nach oben. Und dann noch mal vor ein paar Jahren. Unser Mai liegt momentan hier. Der Mai 2024 ist ein bisschen wärmer als im langjährigen Klimamittel. Aber eben noch keine Klimakatastrophe. Deswegen, da können wir uns entspannen und warten mal ab, wie sich der Mai weiterentwickeln wird. Extreme Wärme hat er bisher nicht gebracht. Aber die Temperaturen liegen eben ein klein wenig über dem langjährigen Mittel drüber. Besonders spannend ist mal wieder diese Wetterkarte. Und ich lese es ja mal wieder in den Kommentaren. Wann gibt es endlich Regen? Da werden die im Westen sagen, ja spinnt denn der? Was will denn der mit Regen? Wir haben doch genug Regen. Aber gerade hier im Osten Richtung Berlin, Brandenburg und vor allen Dingen Sachsen, rüber bis nach Thüringen, Sachsen-Anhalt, da ist es schon wieder sehr, sehr trocken in den obersten Erdbodenschichten, den ersten 25 Zentimetern. Denn da gab es schon seit Wochen keinen ergiebigen Regen mehr. Das merken vielleicht einige nicht, die hier drüben sitzen im Westen und ständig Dauerregen abbekommen. Die hatten jetzt auch mal vier trockene Tage, aber die bekommen schon wieder Regen ab. Und hier der Osten, der bleibt dann doch die ganze aktuelle Wetterwoche weiterhin so ein klein wenig auf dem Trocknen sitzen. Und das Trockene könnte auch dort im Juni andauern. Wir schauen mal kurz auf die CFS-Prognose, die Climate Forecast System Prognose. Das ist, wie gesagt, nur ein Klimatrend. Niemand sollte seinen Urlaub danach planen. Das ist eine experimentelle Prognose, eine Aussage. Und das kann eben nur abschätzen, wird es wärmer, wird es kälter, wird es nasser, wird es trockener. Und wir sehen für den Juni 2024 rote Farben. Da muss man nicht rot sehen. Das heißt einfach nur ein bis zwei Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Könnte also eher ein warmer Juni werden. Wann denn genau die Wärme kommen kann im Juni, kann man daraus nicht ablesen. Da kann es die erste Juniwoche extrem heiß werden, die nächsten drei extrem kühl. Im Mittel ist es vielleicht trotzdem ein zu warmer Juni. Oder am Ende wird es sehr heiß, am Anfang eher kühl. Das kann man einfach aus dieser Monatsprognose überhaupt nicht ablesen. Aber spannend ist der Blick auf die Niederschlagsabweichungen. Und vor allem hier im Osten, wo schon Trockenheit herrscht, da könnte auch der Juni insgesamt eher zu trocken ausfallen. Im Rest des Landes normale Regenmengen, vielleicht Richtung Landesmitte und im Westen sogar etwas zu nass. Also nochmal Regen obendrauf. Ja und gestern gab es die Anfrage nach einer Ensembleprognose für Linz in Österreich. Machen wir heute mal einen auf Eurovision Song Contest. Na nicht ganz, aber wir gehen mal rüber ins Nachbarland und schauen mal nach Linz. Wie wird das Wetter in Linz in Österreich die nächsten 10 bis 14 Tage? Naja, frieren muss man auch da nicht. Temperaturen konstant. Die Mittelwerte um die 20 Grad. Das können auch mal 22, 23 Grad werden und nur 18, 19 Grad. Aber um die 20 Grad pendelt das Ganze und das bis zum 29. Mai. Aber man muss auch sagen, auch hier wird es Richtung Pfingsten richtig nass werden. Immer wieder kräftige Regenschauer, Regengüsse, Gewitter mit dabei. Es ist so ein bisschen eine wechselhafte und nasse Angelegenheit bis zum 29. Mai. Also auch in Österreich, in Linz zumindest, will sich wohl erstmal kein stabiles Schönwetter hoch aufstellen. Rüber bei uns nach Cottbus in den Osten und da sehen wir erstmal trockene Tage. Bis zum 17. und 18. Mai ist eigentlich in Sachen Regen überhaupt nichts zu erwarten. Das heißt, es ist eine Region, da ist es schon sehr trocken und da fällt weiterhin kein Regen. Da kann ich also keine Hoffnung machen auf Niederschläge. Einige warten ja drauf, schreiben das auch in den Kommentaren immer wieder. Die Temperatur ist so fast frühsommerlich, 24 Grad, 23, 24 Grad. Und so bleibt es dann auch, obwohl der Regen später kommt. Es bleibt relativ warm. Ein warmer Regen ist zumindest auch ein Segen. Und danach bleiben wir so auf der 20 Grad, 21 Grad Linie. Es gibt aber auch ein paar Ausreißer Richtung 30 Grad Marke. Aber runter hier in den Frost, da will nun überhaupt keine Ensemble Prognose mehr. Und dann sind eben auch mal Chancen auf Niederschläge ab dem 17. und 18. Mai. Jetzt zum Wetter von heute. Wir haben die Großwetterlage hier. Wir haben immer noch so ein bisschen die Reste von Hochthomas. Aber hier ist ein kleines, böses, giftiges Tief. Das klopft schon an die Tür. Und zwischen diesem Tief hier und zwischen diesem Hoch hier wird gerangelt. Und man sieht es schon, wir sind mittendrin. Auf der einen Seite trockene Wetterlage, auf der anderen Seite diese nasse, gewittrige Wetterlage. Und diese Wetterlagen treffen sich genau über Deutschland. Und das macht die Wettervorhersage sehr, sehr schwierig in den nächsten Stunden und nächsten Tagen. Und genau im Übergangsbereich kann es starken Regen geben. Gewitter mit Überflutungsgefahr, stark Regen. Da können Keller vorlaufen, Straßen überschwemmt werden. Und der Rest sagt sich, ach, ich sitze hier voll im schönen Sonnenschein. Also mein Tipp, wer irgendwie Sommerurlaub in dieser Woche machen möchte, sollte rüberfahren in den Osten. Das klingt ein bisschen jetzt sehr, also sollte in die neuen Bundesländer, das ist auch nicht mehr neu, ist auch nicht passend. Aber sollte nach Berlin, Brandenburg, Sachsen fahren und hat da eigentlich recht freundliches Wetter. Auch der Norden kann sich dieses Mal nicht beklagen. Heute am Montag viel Sonnenschein, 23 bis 25 Grad. Aber im Westen ziehen jetzt schon dichte Wolken auf und die bringen dann später Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland, teilweise Hessen. Erste Schauer und Gewitter, aber es bleibt noch warm, auch hier bis zu 25 Grad. In der kommenden Nacht, da lockern die Wolken auf. Stellenweise gibt es im Südwesten noch einen Regenschauer und die Temperaturen, die gehen so auf 13 bis 8 Grad zurück. Ja und morgen am Dienstag, siehe da, relativ warm in fast allen Landesteilen. Im Osten bis zu 26 Grad, im Norden bis zu 24 Grad, ein bisschen kühler in der Ostsee um 21 Grad, aber in der Landesmitte und im Südwesten nochmal 25 bis 27 Grad. Dann bumst es dort zum Abend wieder recht heftig, neue Schauer und Gewitter ziehen da auf und diese Schauer und Gewitter könnten sich dann am Mittwoch ausbreiten. Und dann haben wir diese Wettergrenze hier. Auf der einen Seite das starke Hoch, was dagegen hält mit Sonnenschein, auf der anderen Seite das Tief, was uns eben diese Regenwolken ins Land schiebt. Und da ist es natürlich problematisch, die Tiefs und die Gewitter, also die Schauer und die Gewitter kommen nur sehr langsam von Ort und Stelle. Und das kennen wir ja schon aus den vergangenen Jahren. Sturzflutgefahr ist da angesagt. Der Regen fällt immer wieder längere Zeit der Starkregen am gleichen Ort runter und das kann eben regional ganz eng begrenzt zu Überschwemmungen führen. Auch hier gilt am Mittwoch viel Sonnenschein im Norden, im Osten, im Nordosten. Immer wieder scheint die Sonne bei 22 bis 25 Grad, sonst im Südwesten so 18 bis 23 Grad. Auch am Donnerstag keine große Wetteränderung. Wieder ein Sommertag im Osten, Berlin, Brandenburg bis zu 25 Grad, im Norden Richtung Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen so 21 Grad. In der Spitze weiter nach Süden, auch ab und zu Sonnenschein. Mittendrin aber immer wieder Schauer und Gewitter, das Ganze bei maximal 16 bis 20 Grad. Und dann geht es langsam Richtung Pfingstwochenende. Die große Schütte im Süden des Landes, viele Wolken, Dauerregen, Temperaturen gerade mal 14 bis 18 Grad. Und nach Norden und Osten immer noch schönstes Frühsommerwetter. Temperaturen bis zu 25 Grad und immer wieder scheint die Sonne. Also der Wetterbericht wird in dieser Woche sehr konträr sein zwischen dem Nordosten und dem Südwesten unseres Landes. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie geht es weiter zum Pfingstwochenende, zum langen Pfingstwochenende. Da darf ich schon mal verraten, es gibt immer noch sehr große Unsicherheiten, weil eben nicht genau klar ist, wo dann die Grenze liegen wird zwischen dem Hoch und zwischen diesem Tief. Wir schauen mal rein auf den aktuellen Stand. Und demnach am Pfingstsamstag immer noch freundlich im Nordosten, 21 bis 22 Grad, immer wieder mal ein bisschen Sonnenschein, ein paar Wolkenfelder. Im Rest des Landes weiterhin dieses wechselhafte Wetter Richtung Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, teilweise Nordbayern bis nach Thüringen rein. Irgendwo hier ist die Wettergrenze, Schauer und Gewitter, zum Teil eben mit Starkregen, mit Sturmböen und mit Hagel. Am Pfingstsonntag sind wir so langsam ein bisschen vereinigt. Da kommen die Schauer und Gewitter wahrscheinlich auch ein bisschen weiter in den Nordosten voran. Dahinter weiterhin kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Das alles ist nur sehr kleine Räumchen, diese Schauer und Gewitter. Teilweise scheint auch mal längere Zeit die Sonne, aber man sollte eben den Himmel immer wieder im Blick behalten. Die Temperaturen am Pfingstsonntag um die 21 bis 24 Grad und dann vielleicht verkehrte Welt am Pfingstmontag. Dann die kräftigen Schauer und Gewitter im Nordosten bei 22, 23 Grad und im Südwesten dagegen schon wieder freundlicher bei 23 bis 25 Grad. Und das ist vielleicht der Trend für die Zeit nach Pfingsten. Ein neues Hoch kommt, die Sonne kann sich fast wieder überall durchsetzen und die Temperaturen steigen dann langsam an. Das ist aber nur ein ganz, ganz vorsichtiger erster Trend. Spannend ist erstmal dieser Regen. Hier mal die Regensummen bis zum Pfingstmontag, also bis Montag in einer Woche nach dem deutschen Wettermodell. Nichts fällt hier im Raum Berlin-Brandenburg Richtung Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Meck-Pomm. Da auch fast nichts, 0 bis 1 Liter Regen wird nur angezeigt. Ich habe mal die Grenze besser eingezeichnet von Deutschland. Einige hatten sich ja beschwert oder angemerkt, man kann es so schlecht erkennen. Ich hoffe es ist ein bisschen besser und wir sehen hier auch Rheinland-Pfalz, das Saarland, teilweise Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Da wird es richtig nass werden, bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind hier möglich. Aber genau diese Wettergrenze kann sich noch verschieben. Zum Vergleich hier mal die Regensummen nach dem kanadischen Wettermodell. Ebenfalls bis Pfingstmontag, Montag in einer Woche, auch hier frisch eingetroffen. Und wir sehen auch hier im Osten relativ wenig Niederschlag. Aber hier Richtung Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg zum Teil bis 80, 90. Und zu unseren Nachbarn bis zu 180 Liter Regen pro Quadratmeter. Das zeigt also nur diese Spannung, die da in der Wetterlage auf jeden Fall drin ist. Und deswegen müssen wir die gut im Blick behalten, damit uns da nichts durchrutscht. Und wir schauen mal auf die Regensummen bis zum 27. Mai, also fast bis Monatsende vom amerikanischen NOAA-Modell, dem GFS-Modell. Und auch da bleibt wahrscheinlich diese scharfe Wettergrenze erhalten. Im Nordosten nur wenig Niederschlag bis zum 27. Mai. Im Rest des Landes aber sehr nass zum Teil bis zu 150, 160 Liter Regen pro Quadratmeter in Süddeutschland. Also hier drohen regional steigende Flusspegel. Aber das Problem sind eigentlich die punktuellen Starkregen, Schauer und Gewitter, die man nicht genau vorhersagen kann. Wenn so ein Gewitter entsteht, dann zieht es eben nur sehr langsam, weil es eben gegen dieses Hoch nicht ankommt. Die Luftströmung ist sehr langsam und dann drohen regional diese Sintflutartigen Überschwemmungen mit vollen Kellern und über gelaufen überschwemmten Straßen. Der Blick auf die Ensemble-Prognose für Norddeutschland bis zum 28. Mai. Und von den Temperaturen her sieht es da eigentlich recht entspannt aus, um die 20 bis 22, 23 Grad. Und im Norden bleibt es eben auch oftmals trocken bis zum 17. und 18. Mai. Dann sind einzelne Regenschauer drin. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier tut sich relativ wenig bei den Temperaturen, wobei die von 20 bis 22 Grad vorübergehend etwas zurückgehen auf Werte um die 15, 16 Grad. Genau dann nämlich, wenn die kräftigsten Niederschläge erwartet werden. Danach meist wieder um die 20 Grad bis zum 28. Mai. Aber es bliebe auch hier im Westen immer wieder wechselhaft. Regenschauer und Gewitter würden uns den gesamten restlichen Mai über begleiten. Und auch im Osten recht ähnliche Wetterentwicklung wie im Norden. Wir haben eine längere trockene Wetterphase. Mindestens bis zum 17. und 18. Mai. Dann sind wieder Regenschauer und kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen anfangs bis zu 25 Grad. Später um die 20 bis 22 Grad. Und nach hinten raus. Gibt es auch hier ein paar Berechnungen, die gehen Richtung 30 Grad Marke. Also der Mai wird wahrscheinlich durchaus ein bisschen zu warm ausfallen. Ich mache hier kein Klimatamtam. Es sind halt nur Fakten. Also wir sehen das im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Der Monat ist halt wärmer als in den vergangenen 30 Jahren. Was das zu bedeuten hat, das beurteile ich hier nicht. Ich kann nur sagen, wie die Fakten sind. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein etwas zu warmer Monat werden. Und im Osten wahrscheinlich auch ein recht trockener Monat. Im Süden dagegen, da kann man sich nicht beklagen über Trockenheit. Da gibt es Niederschläge in den nächsten 10 bis 14 Tagen bis zum 28. Mai. Immer wieder kräftige Regengüsse. Die Temperaturen dümpeln so ein bisschen um 18 bis 20 Grad rum. Aber auch hier kein großer Temperatursturz bis zum 28. Mai. Also irgendwie mal Tagestemperaturen um 10 Grad sind da nicht zu erkennen in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Trotz der häufigen Schauer und Gewitter bleibt es doch mäßig warm in Süddeutschland. Noch der Blick in die Landesmitte hinein. Auch hier das Ganze relativ ähnlich. Temperaturen so 20 bis 22 Grad. Und das bis zum 28. Mai. Aber aufgepasst, auch hier kommt der Regen an. Und zwar ab dem 16. und 17. Mai vermehrt Schauer und Gewitter. Also auch hier gilt, Richtung Pfingsten könnte es stellenweise etwas ungemütlich werden. Und da die Wetterlage so unsicher ist, muss man halt immer wieder Modelle vergleichen. Da habe ich ganz am Ende noch ein Modell mit reingenommen. Das hat vielleicht noch nicht jeder hier gehört. Und das gehört dem französischen staatlichen Wetterdienst Meteor France. Und dieses Wettermodell ist sehr kleinräumig aufgelöst. Und das zeigt hier die Regensummen bis zum kommenden Freitag, bis zum 17. Mai. Und man kann wirklich unschwer erkennen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Meck-Pomm, Berlin-Brandenburg, teilweise Sachsen, bekommen überhaupt kein Regen ab. Nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer in diesen Regionen. Und dann gibt es einen Übergangsbereich, der wird ein bisschen nass werden vielleicht. Und dann hier im Süden von Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Baden-Württemberg. Da kann dann was runterkommen. 50 bis teilweise 80 oder 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Und die Frage bleibt natürlich in den nächsten Stunden, wohin rutschen diese Starkregengebiete? Mehr rein zu uns oder eher doch mehr raus? Wie stark ist das Hochthomas? Das werden wir natürlich in den nächsten Tagen hier für euch weiterhin im Blick behalten. Das war es vom Auftaktwetter am Montag. Kommt gut in die Wetterwoche hinein. Und der Osten, wie gesagt, und der Norden, die sind ja erst mal auf der Sonnenseite. Und Gewitter und Schauer wird es dort erst mal nicht geben. Tschüss, bis bald. Bis bald.